Ja. What if I freak out? You're not gonna freak out this thing. You don't. How many drinks did you have this Jagger drink? I didn't. I had one. I had one Jäger-Tea. Mit Rum and schnapps. Tim, wenn ich arbeite und den ganzen Tag proben, dann bist du irgendwo und machst Abris-Ski oder was? Abris-Ski-Party mit den ganzen... Ja, dieser Weihnachtsmann ist was für eine Frage. Das ist natürlich der Weihnachtsmann und manchmal schickt der auch Gehilfen. Und ähm... He takes his book. Ja, und der kommt dann immer, der hat dann ein großes Buch dabei und der liest alle, von allen Anwesenden dann die, äh, also das Rügen, ja, das was nicht so gut gelaufen ist in dem Jahr und das was gut gelaufen ist. Der Beck hat nur gut gelaufen. Bei dir ist alles nur gut, ja, ja. Nur gut. Wollen wir mal gucken, ne? Ja. Also meine Süßen, nachdem wir uns jetzt ganz weihnachtlich gefühlt haben und ganz angekuschelt haben, ist es jetzt, denke ich, Zeit für ein bisschen Rock'n'Roll. Aber wie wir Mädels natürlich wissen, steckt in jedem harten Hard-Rocker irgendwo auch ein ganz, ganz weicher Kern. Und heute Abend drehen die Jungs ihre Verstärker runter und spielen ganz sanft, unplugged. Ladies and Gentlemen, es ist mir eine Ehre, Mr. Mark Terenzi mit seiner ganz, ganz neuen Single Can't Breathe Without You. Sehen Sie jetzt, Sarah und Mark träumen im winterlichen Ischgl von Weihnachten mit Tyler. Wir haben alle drei einen Adventskalender. Der hängt bei uns in der Küche, hängen die drei Kalender nebeneinander. Und Tyler tut sich noch sehr schwer damit zu verstehen, dass es jeden Tag nur ein Türchen gibt. Ja. Ja! Pro sieben Weihnachten. Klick, 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 klick. Klick.